Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago-Video der Reihe Sharp EL9950. Wir schauen uns hier das Thema Kurvendiskussionen an und wie man eine Kurve mit dem Taschenrechner entsprechend diskutieren kann. Der Taschenrechner bietet grundsätzlich ja die Möglichkeit, Polynomfunktionen zu lösen. Dafür gibt es dann auch ein eigenes Video dafür. Da kann man natürlich dann entsprechend händisch einmal die Ableitung machen und dann diese Ableitungen null setzen. Damit lässt sich dann natürlich mit Hilfe dieser Polynomfunktionlöser-Funktion entsprechend die erste Ableitung null setzen, zweite Ableitung null setzen und so weiter. Beziehungsweise kann man das natürlich dann auch mit dem Solver machen, wenn es nur noch linear ist. Aber das Problem ist halt, man muss dann wiederum die Funktion selbst dann nochmal einsetzen, vielleicht untergleichen, untergleichen. Und theoretisch gibt es dann halt auch noch die Möglichkeit, das Ganze hier ein bisschen grafisch anzugehen. Und dafür muss man sich halt entsprechend einmal die Funktionen ausrechnen, beziehungsweise mal eingeben, was wir hier schon gemacht haben. Also ich habe jetzt hier schon eine Funktion eingegeben mit x hoch 3 minus 6x² plus 9x plus 3. Und dann habe ich noch eine zweite Funktion eingegeben, einfach eine waagerechte Linie an der Stelle 4, beziehungsweise auf der Höhe 4, um hier auch zum Beispiel dann eben die Schnittpunkte mit zwischen zwei Funktionen zeigen zu können. Und wenn Sie jetzt die Funktion eingegeben haben, können Sie dann über Second Trace, also Calculate hier, entsprechend einige Befehle durchführen. Das Value ist einmal der allererste Befehl. Damit lässt sich einfach nur ein y-Wert ausrechnen, zum Beispiel indem man jetzt hier sagt, y-Wert 5. Dann erhalten wir hier den x-Wert 5 und da erhalten wir dann einen y-Wert 23. Das heißt, wir wissen, es gibt einen Punkt von 23. Der ist zwar hier nicht einmal eingeblendet, aber nichtsdestotrotz, er wird uns auf jeden Fall ausgerechnet. Als nächstes gibt es dann hier einen Befehl, der nennt sich Intersect. Das ist nichts anderes als Schnittpunkt. Das heißt, wenn wir diesen Befehl auswählen, kriegen wir automatisch einen Schnittpunkt geliefert, nämlich dort, wo der Cursor zuletzt zu sehen war. Der Cursor, der zuletzt zu sehen war oder gespeichert war, war scheinbar hier um x-Wert 0,12 in der Gegend und entsprechend haben wir hier einen Schnittpunkt. Wenn Sie jetzt aber die anderen Schnittpunkte haben wollen, dann müsst ihr hier entsprechend mit dem Cursor mal woanders hin marschieren. Wenn möglich, halt in die Nähe des nächsten Schnittpunktes, den ihr euch ausrechnen wollt. Das ist dann ein bisschen zart, zwar, aber da muss man dann durch im Prinzip. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier in der Nähe von einem Schnittpunkt, drücken einfach mal Enter, damit der Cursor hier irgendwie halt auch eine Bestätigung gefunden hat. Und dann geht man wieder auf Second Trace, also Calculate, und kann hier wieder auf Intersect gehen, weil hier wird dann direkt gerechnet auch und der Cursor springt dann auch tatsächlich genau dorthin, wo wir dann eben den nächsten Schnittpunkt haben, nämlich bei 2,347. Und auch dort haben wir wieder eben einen Schnittpunkt. Das heißt, wenn wir einen dritten bräuchten, müssten wir jetzt wieder mit dem Cursor in die Nähe zum dritten Schnittpunkt gehen, Enter drücken, dann wieder auf Second Trace und dann wieder auf Intersecten, dann würde er uns den dritten Schnittpunkt auch noch ausspucken. Was haben wir sonst noch dort zur Verfügung? Wir haben hier einen Befehl Minimum, der rechnet uns dann tatsächlich einfach den Tiefpunkt aus. Das heißt, wir brauchen da auch gar nicht irgendwelche Bereiche oder sonst irgendwas markieren. Das ist eigentlich ein Vorteil im Vergleich zu anderen Taschenrechnern. Wenn wir hier Minimum auswählen, dann wird kurz ein Calculate angezeigt oder Calculating und dann ist der Cursor auch schon direkt beim Tiefpunkt. Problem, wie bei allen grafikfähigen Taschenrechnern, die so pixellig sind, ist halt, dass wir hier oftmals nicht ganz exakt den Wert rauskriegen, weil eigentlich hier zeichnerisch gelöst wird und gar nicht rechnerisch großartig. Natürlich sind diese 2,999 auch auf 3 aufzurunden. Es ist tatsächlich sogar genau 3. Das heißt, wir haben hier einen Tiefpunkt mit den Koordinaten 3,3, also x-Koordinate 3 und die y-Koordinate ebenfalls 3. Und selbes Spielchen funktioniert natürlich dann auch fürs Maximum. Das heißt, wir gehen wieder auf Second Trace, wählen hier in dem Fall dann das Maximum aus. Dann wird wieder kurz Calculating gemacht und dann haben wir hier auch hier natürlich wieder einen Rundungsfehler. Das Maximum liegt natürlich genau bei 1 und y-Koordinate 7. Das heißt, wir haben einen Hochpunkt mit den Koordinaten 1,7. Was steht uns sonst noch so zur Verfügung? Wir haben dann hier auch noch die Möglichkeit, mit y0 uns die Nullstellen auszurechnen. Auch da wird kurz wieder gerechnet und dann wird uns hier die Nullstelle ausgespuckt. Die liegt hier in dem Fall gerundet bei minus 0,28. Ist halt hier keine schöne Zahl, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Auf jeden Fall bekommen wir auch hier wieder entsprechend unsere Nullstellen geliefert. Was haben wir sonst noch zur Verfügung? Dann gibt es noch ein y-Inception. Das ist dann in dem Fall der Schnittpunkt auf der y-Achse. Das wäre dann hier in dem Fall natürlich dort, wo die Funktion die y-Achse schneidet. Das ist bei 0 und 3 natürlich. Also x-Koordinate 0, y-Koordinate 3. Dann haben wir noch zur Verfügung, was haben wir noch? Wir haben dann mit 7 Inflag. Inflag ist in dem Fall nichts anderes als Wendepunkt berechnen. Das ist recht angenehm. Das bietet sonst so gut wie kein Taschenrechner eigentlich an. Und zwar kriegen wir dann hier automatisch den Wendepunkt auch geliefert. Der hat jetzt hier auch natürlich wieder gerundete Koordinaten, nämlich 2 und 5. Und somit hätten wir hier auch direkt den Wendepunkt gleich kalkuliert bekommen. Und zu guter Letzt gibt es dann noch den Befehl Integral. Aber da gibt es sowieso ein eigenes Video dazu, wie man das Integral berechnen kann. Dann schaut sich das auf jeden Fall einfach mal an. Das war es zum Thema Kurvendiskussion mit dem Sharp EL 9950. Ich hoffe, ihr konntet jetzt ein paar Einblicke gewinnen, wie man zumindest grafisch jetzt hier eine Kurve auch relativ angenehm diskutieren kann. Gegebenenfalls muss man sich halt das Fenster wieder einstellen, um dann halt auch wirklich alles sehen zu können von der Funktion. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ angenehm. Vor allem Pluspunkt, man kann sich auch direkt einen Wendepunkt zum Beispiel ausrechnen. Das ist im Vergleich zu anderen Taschenrechnen oftmals nicht möglich. Das war es auf jeden Fall. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder.